... dass das Rauchen sowie Ton-, Video- und Fotoaufnahmen zu keinem Zeitpunkt gestattet sind. Bitte schalten Sie jetzt Ihr Mobiltelefon aus. Vielen Dank und viel Spaß beim Konzert. Anna! Hallo! Schürmille-Teig ist ein umtriebiger Mann, vielleicht nicht ganz so umtriebig wie Helge Schneider, den wir hier immer hören. Er hat mit Solveig Schlettajel und Jaga-Jazzes zusammengespielt und ist vom Modal-Jazz der 60er genauso beeinflusst wie von der Musik seiner Kindheit. 74 geboren, heißt das die Ambient-Elektronik eines Brian Eno genauso wie in New Age-Euphorie ausufernde Synthesizer-Experimente. Der 80er Jahre mit furchtbaren Neon-Covern. Trotz aller Umtriebigkeit hat er seine letzte Platte, It's Funny How Things Happen At Particular Times, fast im Alleingang zusammengeschraubt. It's pretty sequenced for that metal, but in stage I need a band, hat er mir hinter der Bühne gesagt. Mit dem Schlagzeuger Per Ottvar Johansen und dem Gitarristen Olaf Torgert arbeitet er seit 15 Jahren zusammen. Die zwei Pianisten Marte Eberson und Ölstein Ska sind neu dazugekommen. Es ist wahrscheinlich das bisher mit den meisten Steckdosen versehene Ensemble hier auf der Bühne. Oder anders gesagt, alle fünf wissen, was eine Hüllkurve ist. Hier ist das Schür MediaTek Group. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Now Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Thanks a lot. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thank you. Applaus ... 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